Hallo, mein Lieben. Vielen Dank für eure ganzen Antworten, die ihr mir gesendet habt. Das hat super funktioniert. Ich habe sogar meinen ersten YouTube-Like bekommen. Das freut mich besonders. In der Schule bekomme ich sowas nie für Arbeitsaufträge. Ich habe keine Ahnung warum. Und möchte jetzt in dem Video ganz kurz eure Antworten besprechen. Die haben wirklich schon sehr gut gepasst, waren wirklich sehr detailliert. Es hat mir sehr gefreut, dass euch da so viel eingefallen ist. Ihr habt auch ordentlich Arbeit investiert. Im Schnitt sind ca. 2 Stunden gearbeitet worden. Bei manchen stehen nur wenige Minuten dabei. Aber da gehen wir davon aus, dass es vorher einfach in einem Word-Dokument zusammengeschrieben und dann Copy-Paste-mäßig in die Antwortformulare eingefügt. Das passt natürlich. Und zwar schauen wir uns ganz kurz meine einzelnen Punkte an. Und zwar Thema Ehescheidung. Da war der erste Punkt die Formvorschriften. Der zweite Punkt war, welche Regeln gelten für den Besitz. Das dritte war, in welchen Bereichen unterscheiden sich Ehe und Lebensgemeinschaft. Und welche Tipps habt ihr für Personen, die sich eben scheiden lassen wollen. Dann starten wir auch ganz oben bei den Formvorschriften. Das haben wir eigentlich eh alle gehabt. Also es muss vor allem Standesbeamten, muss die Ehe geschlossen werden. Es müssen beide Personen anwesend sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine Person muss über 18 sein und die andere darf nicht unter 16 sein. Und es dürfen keine Eheverbote irgendwie vorliegen, wie z.B. dass man verwandt ist oder, wie gesagt, dass eine aufrechte Ehe, also Polygamie z.B., die man logisch weiß, wird nicht funktionieren. Wie schaut das Ganze aus mit dem Besitz? Besitz, wichtige Punkte, haben die Gütertrennung. Das bedeutet eben alles, was vor einer Ehe im Besitz eines Ehepartners war, ist und bleibt natürlich im Besitz des Ehepartners, fast auch im Falle einer Scheidung, gehen diese Güter nicht an die andere Partei über. Also wichtiger Punkt, besonders wenn es dann irgendwann um Scheidungen gehen würde. Und es gibt natürlich die Gütergemeinschaft. Das bedeutet, alles, was in der Ehe geschaffen wird, dass das eben auch, wie gesagt, beide gehört. Das heißt, eine Wohnung, die man sich in der Ehe kauft, die beide abzahlen. Auch wenn eine Person z.B. zu Hause ist, zählt das trotzdem aus Gütergemeinschaft. Die Person, die kein Geld verdient hat, trotzdem an der Wohnung mitgezahlt hat, mit der Arbeit, die zu Hause stattgefunden hat. Und es ist halt unerheblich, ob der eine jetzt doppelt so viel verdient wie der andere. Also das ist in dem Fall wurscht. Das ist aber auch Gütergemeinschaft. Alles, was in der Ehe geschaffen wird, gehört auch beide. Wo haben wir Unterschiede bei Ehe- und Lebensgemeinschaften? Ein wichtiger Punkt natürlich, Lebensgemeinschaften, betrifft auch das Erden. Das ist ein Punkt, der später nochmal ergänzt wird. Wenn in einer normalen Lebensgemeinschaft, also keine Verpartnerung, weil das fällt jetzt im Endeffekt eh weg, weil wir haben ja Ehe für alle, sondern in der ganz normalen Lebensgemeinschaft, Freund und Freundinnen, die zusammenleben, da habe ich natürlich kein Anrecht, wenn eine Person stirbt, da erbe ich es. Also das fällt einfach in dem Fall weg, weil eben keine Ehe da ist oder sonst irgendeine eingetragene Partnerschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach bitte dazu schreiben muss. Der letzte Punkt war dann der Bereich mit den, also der Bereich mit, genau, wenn man sich scheiden lassen möchte, was für Tipps, was könnte man da sagen? Also da geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie könnte oder wie kann man so wenig Probleme im Rahmen einer Scheidung machen? Und da ist es am einfachsten, wenn man auch eine Antwort geben würde. Die einvernehmliche Scheidung, das haben wir ja der Großteil von euch gemacht, weil das auch das Einfachste ist, das Unkomplizierteste und wo halt im Prinzip die Anwälte am wenigsten verdienen. Und insofern macht das natürlich Sinn, wenn Scheidungen immer einvernehmlich sind. Und das wird ja auch zum größten Teil gemacht. Die andere Art der Scheidung, das wird die Verschuldenscheidung, wo es dann die unterschiedlichen Gründe halt gibt, die man angeben kann, warum eine Ehe geschieden werden soll. Aber das, wie gesagt, das kommt eher selten vor. Also es schaut sich, wie gesagt, das mit der Einvernehmlichen einfach gut an, warum die eben von Vorteil ist. Das nächste war das Thema Personenrecht. Beim Thema Personenrecht, da haben wir die ganzen Altersabstufen gehabt. Was darf ich mit welchem Alter machen? Und zwar haben wir gehabt, die Abstufung eben die unmündigen Minderjährigen bis sieben Jahren. Die mündigen Minderjährigen, die eben dann von 14 bis 18 werden und dazwischen eben auch noch die Minderjährigen von sieben bis 14 Jahre, wo man auch unterschiedliche Dinge kaufen darf oder eben nicht kaufen darf. Und zwar habe ich volljährig, volljährig darf man vergessen, ab 18, ab 18 darf ich alles, ich darf mir alles kaufen, ich darf Schulden machen etc. Und da haben wir dann eben bei den jeweiligen Punkten die genauen Unterscheidungen gehabt, zum Beispiel was die Geschäftsfähigkeit betrifft. Also bei 0 bis 7 Jahren darf ich zum Beispiel Taschengeldgeschäfte machen. Also ich darf mir Kleinigkeiten im Supermarkt kaufen. Von 7 bis 14 kann ich ebenfalls Taschengeldgeschäfte logisch weiß machen und ich kann selber Schenkungen annehmen. Das heißt, wenn ich Geld von Rom und Hoppe zum Beispiel bekomme, dann darf ich das natürlich selber annehmen, außer es wäre mit Belastungen irgendwie verbunden. Belastung könnte man sich jetzt vorstellen, ich bekomme ein Haus geschenkt. Ein Haus geht einher mit gewissen Betriebskosten, das kann ich mir jetzt als Siebenjähriger oder als Achtjähriger einfach nicht leisten. Das heißt, ich hätte ein Problem, ich kann mir jetzt kein Haus schenken lassen. Außer natürlich mit dem Haus gehen noch, keine Ahnung, Bargeld in der Höhe von XY einher, sodass man wieder die Kosten problemlos leisten kann. Der Kollege wird vielleicht noch öfters durchs Bild spazieren, der steht jetzt nämlich irgendwie auf Laptops. Okay, schauen wir weiter. Und zwar Geschäftsfähigkeit, genau, haben wir gesagt. 14 bis 18, die sind beschränkt geschäftsfähig, bedeutet, die dürfen Verträge abschließen, allerdings nur in einer Höhe, wo sie eben selber Einkommen zum Beispiel haben, oder beziehungsweise, dass die Lebensbedürfnisse nicht gefährden würden. Also kann man jetzt keinen Sportwagen leasen, wo es auf der Kahnemann die Leasing und die Versicherung zum Beispiel nicht leisten ist. Das würde nicht funktionieren, aber ich könnte mir natürlich ein gebrauchtes Auto kaufen um 2.000 Euro oder so, wenn ich halt zum Beispiel in der Lehre bin. Also das wäre schon wieder möglich. Bei vielen anderen Verträgen ist es eben so, dass es oft einfach dann das Einverständnis der Eltern, dass die Eltern mit unterschreiben müssen oder auch bürgen müssen. Bevor es vergisst, beim Alter ist auch noch ein Punkt, und zwar, wenn es darum geht, Deliktfähigkeit. Und was bedeutet das? Deliktsfähigkeit ist natürlich auch altersfähig. Also es ist ein Unterschied, je nachdem wie alt das jemand ist, ob er die Wahrheit deliktsfähig ist. Und es kommt natürlich da in dem Fall auch dann das Jugendstrafrecht zur Geltung, wenn es eine Person ist, die was unter 18 ist, oder wenn man davon ausgehen kann, dass die Person zum Strafzeitpunkt geistig nicht erwachsen ist. Weil es kann auch ein 21-Jähriger theoretisch noch Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn er einfach geistig nicht so reif ist, oder zu dem Zeitpunkt einfach war. Das Erbrecht ist vielleicht auch noch interessant. Also ich kann ja Dinge vererben, ab einem gewissen Alter, und ich kann natürlich auch Dinge erben. Das heißt, ich bin ja grundsätzlich rechtsfähig. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel eine Erbe antreten. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wenn zum Beispiel ein Kind, wo die Eltern sterben, und das Kind ist vielleicht drei, vier Jahre alt, natürlich kann dieses Kind von den Eltern erben. Das kann ich auch nicht sagen, du bist leider zu jung zum Erben, das Haus geht jetzt an deine Cousine. Das würde nämlich nicht funktionieren. Man kann natürlich auch, wenn man jünger ist, kann man natürlich auch erben. Welche Fragen haben wir sonst noch gehabt?